Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, so langsam auf Ihre Plätze einzunehmen. Ich möchte die 26. Plenarsitzung des Hessischen Landtags eröffnen. Ein Blick in die Runde zeigt mir, dass wir beschlussfähig sind. Insoweit stelle ich auch die Beschlussfähigkeit fest. Dennoch brauche ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ein bisschen mehr Ruhe. Die Tagesordnung vom 3. Dezember 2019 und ein Nachtrag vom heutigen Tage mit insgesamt 78 Punkten liegen Ihnen vor. Sie können dem Nachtrag der Tagesordnung zu Tagesordnungspunkt 70 bis 75 entnehmen, dass sechs Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen sind. Diese werden wie immer in gewöhnlicher Form, nämlich pro Aktueller Stunde, fünf Minuten je Fraktion abgehalten. Wir haben die Situation und vereinbart, dass wir Tagesordnungspunkt 72 und Tagesordnungspunkt 73 gemeinsam aufrufen. Hier haben wir vereinbart, dass es dann eine Redezeit von 7,5 Minuten pro Fraktion gibt. Die Aktuellen Stunden rufen wir wie immer am Donnerstag um 9 Uhr auf. Noch eingegangen und in den Fächern verteilt sind folgende Änderungsanträge. Das sind die Drucksache 20-1666 und die Drucksache 20-1667, Änderungsanträge der Fraktion der SPD, Drucksache 20-1669 und die Drucksache 20-1686, Drucksache 20-1666, Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der AfD betreffend gewaltfreien Wettkampf und sportliche Fairness sicherstellen, Drucksache 20-1696. Ich darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dies Tagesordnungspunkt 79, wenn Sie dem nicht widersprechen, mit Tagesordnungspunkt 54 zu diesem Thema aufgerufen werden. Gibt es Unruhe bei der FDP? Nein, alles in geordneten Bahnen. Das macht nichts. Hier steht Anmeldung und zurücksetzen. Der Vizepräsident kennt das ja, da drücke ich einmal drauf. Dann ist das auch wieder sauber. Wunderbar, der Bildschirm ist wieder glatt. Auf Vorschlag der Fraktion der SPD wird heute Tagesordnungspunkt 57, das ist der Antrag der Fraktion der SPD betreffend Einführung eines Sinnesbehindertengeldes für Gehörlose Menschen Drucksache 20-1642 zusammen mit Tagesordnungspunkt 11, Drittes Gesetz zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes Drucksache 20-1612 und Drucksache 20-1030, sowie die dazu vorliegenden Änderungsanträge aufgerufen. Interfraktionell haben wir vereinbart, dass der Tagesordnungspunkt 4 am Mittwoch zusammen mit Tagesordnungspunkt 58 aufgerufen wird. Das ist das Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe und der Antrag der SPD zur Stärkung der hessischen Ausländerbeiräte. Weiterhin wurde festgelegt, dass Tagesordnungspunkt 37, die Beschlussempfehlung und der Bericht des KPA, Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Einigung bei Grundgesetzänderungen, Drucksache 20-586 zu Drucksache 20-254 entgegen der Tagesordnung ohne Aussprache am Mittwochabend mit den anderen Beschlussempfehlungen aufgerufen und abgestimmt wird. So wollen wir auch Verfahren mit Tagesordnungspunkt 42 und Tagesordnungspunkt 46, das sind Beschlussempfehlungen und Berichte des KPA bzw. des SIA zu Anträgen der SPD, Drucksache 20-1095, Drucksache 20-1095, Drucksache 20-1401 und Drucksache 20-1344. Ich habe noch ein paar Seiten vor mir. Für den Plenardonnersack wurde vereinbart, dass Tagesordnungspunkt 50, das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, nach Tagesordnungspunkt 71, die Aktuelle Stunde der AfD, aufgerufen und dann direkt abgestimmt werden soll. Weiterhin wurden vereinbart, dass Tagesordnungspunkt 18 und Tagesordnungspunkt 20, das ist das Thema Ladenöffnungsgesetz, am Donnerstag gemeinsam aufgerufen werden. Wir haben eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion vereinbart. Interfraktionell ist vereinbart worden, dass die Tagesordnungspunkte 27 und 29 ohne Absprache abschließend in den SIA überwiesen werden. Ebenso wird Tagesordnungspunkt 32 der Antrag der Fraktion der SPD betreffend Praxiseinführung von Drohnen im Steillagenweinbau fördern, ohne Aussprache abschließend in den ULA überwiesen. Eine abschließende Überweisung erfolgt auch bei Tagesordnungspunkt 46, das ist der Antrag der SPD zum Thema öffentliche Auftragsvergabe, den wollen wir abschließend in den WVA überwiesen. Tagesordnungspunkt 39, das ist Beschlussempfehlung und Bericht des INA, könnte nach Mitteilung der Fraktion der SPD ohne Aussprache aufgerufen werden. Übrig blieben Tagesordnungspunkt 40 und Tagesordnungspunkt 41 zum gleichen Thema. Schutz ehrenamtliche Einsatzkräfte ist das. Sollen die ebenfalls ohne Aussprache aufgerufen und am Mittwoch mit abgestimmt werden? Wollen wir das so machen? Ich sehe, dass einvernehmend da ist, dass alle Fraktionsvorsitzende der CDU nicken. Dann machen wir das einfach so. Abschließend darf ich Ihnen mitteilen, dass der Dringliche Antrag der Fraktion der AfD, Waldbesitzer Stärken und so weiter und so fort, ob Drucksache 20 1111 von den Antragstellern zurückgezogen wurde. Sind Sie einverstanden, oder sind Sie bereit, die Tagesordnung so zu genehmigen? Das ist offensichtlich der Fall. Dann machen wir das. Wie im Ältestenrat vereinbart worden ist und in der Tagesordnung vermerkt worden ist, tagen wir heute bis zur Erledigung der zweiten Lesungen. Das ist Tagesordnungspunkt 13. Wir würden heute beginnen wie immer mit der Fragestunde. Danach fahren wir fort mit Tagesordnungspunkt 2 der Regierungserklärung der Hessischen Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung mit dem Titel Hessen gestaltet die Zukunft digitaler Wandel für und mit den Menschen. Entschuldigt fehlen heute ganztägig die Kolleginnen Fissmann und Regine Müller. Bis 16 Uhr Herr Staatsminister Dr. Schäfer, gibt es weitere Fehlende, Entschuldigte, Fehlende, gibt es nicht. Dann ist das so zur Kenntnis genommen. Wir können ein sehr erfreuliches Ereignis würdigen, und wir wollen ganz herzlich gratulieren, und zwar zum Nachwuchs, dem Kollegen Abg. Taylan Burcu von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Er hat ein Kind bekommen, und der kleine Lian hat am 11. November 2019 das Licht der Welt erblickt. Wir sehen, der Vater ist wohlauf, wir hoffen, die Mutter ist auch wohlauf, und allen geht es gut, aber der Blick des Kollegen zeigt uns das. Ganz herzlich begrüßen, neu herzlich begrüßen möchte ich hier in unserer sympathischen Runde Herrn Staatssekretär Oliver Konz. Herzlich willkommen, lieber Herr Konz. Sie sind seit dem 1. Dezember 2019 in Nahfolge, Frau Dr. Tappeser, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Ich darf hinzufügen, dass es für uns kein unbekanntes Gesicht ist. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie ab sofort bei uns sind. Hinweisen möchte ich noch auf zwei Veranstaltungen, die heute im Haus stattfinden. Zum einen ist das der Briefmarathon von Amnesty International in der Eingangshalle des Plenargebäudes, und ich möchte auf die Jubiläumsausstellung Zehn Jahre Hessischer Demografiepreis hinweisen, den Herr Staatsminister Wintermeyer heute eröffnet hat, ebenfalls in der Ausstellungshalle. Die Ausstellung läuft bis zum Freitag, auch das ist sehr empfehlenswert. Sie sind herzlich eingeladen, beide Veranstaltungen zu besuchen. Ich will noch zwei abschließende Hinweise geben. Einmal, damit wir immer daran erinnert bleiben, in den nächsten vier Tagen vorweihnachtlich und besinnlich miteinander umzugehen, hängt im Übergang des Löwenhofs in den Innenhof. Das ist eine neue Einrichtung, ein, wie ich finde, außergewöhnlich geschmackvoller Adventskranz, den ich Ihrer Aufmerksamkeit empfehle. Ich verbinde das mit dem Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, die ihn sehr kunstvoll dort angebracht haben. Zweiter Hinweis, den haben Sie bereits auf Ihren Tischen, auf Ihren Pulten gefunden. Das folgte im Grunde genommen dem Gedanken, dass Sie in diesen Tagen mit Kalendern und Schokonikoläusen überhäuft werden. Der Direktor und ich wollen Ihnen ein sinnvolles Geschenk machen. Ein sinnvolles Geschenk ist unsere Verfassung, unsere in neuer Form und in neuem Inhalt gestalteten Verfassungen. Sie finden sie auf Ihren Pulten, wie gesagt, in der aktuellsten Fassung und ich finde sie in sehr anspruchsvoller und ansprechender Weise im Übrigen auch aufbereitet. Das waren sozusagen die einleitenden Bemerkungen. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Wir haben eine lange Zwischenpause gehabt, jetzt von der letzten Sitzung zu dieser Sitzung. Die Sehnsucht ist aufeinander gestiegen. Wie ich merke, der Austauschbedarf an Gesprächen ist auch gestiegen, wie man dem Lärmpegel entnehmen kann. Nichtsdestotrotz dürfen wir und wollen wir jetzt in eine sehr arbeitsreiche Woche einsteigen. Wir beginnen mit der Fragestunde, die ich jetzt aufrufe, Tagesordnungspunkt 1 aus der letzten Fragestunde. Gibt es noch Bemerkungen zu den einleitenden Worten? Nein, es gibt keine Bemerkungen. Sie sind alle einverstanden mit dem, was wir hier vorne veranstaltet haben. Das war's. Das war's.